... ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Botdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die beiden Befehl sind in der Zeitklimm! Oh, meinst du das einfach, Jodl! Das Militär hat mit mir Augen! Jeder hat mit mir Augen, sogar die S1! Die gesamte Generalität ist dem Zweite als ein Haufen niederprächtiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ist das Feiglinge, verreichter Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Mr. Gabel hält! Ja, wenn lang ist das Militärmeleaktion immer behindert! Es hat mich gegen nur, als ich für den Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Und da waren alle Höheroffiziere, nicht mit dir zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlt! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie war gezauft von ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber will Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse? Irren Sie sich, der Wald ist! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Und Sie sind in den Kopf! Anh��만, wenn ich sie nicht mehr dann filmen habe! Allst du noch meineniden? Dasacom wurde nicht Uno zu verlassen. Ich meine dich, oder?